Yo Leute, was geht ab? Damit herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Danke, dass ihr seht. Also ich hab euch, also für euch ein paar Bilder vom Camp Nou Museum und hoffentlich gefällt euch das Video und ich würde natürlich über den Abonnen und Daumen nach oben fragen und haut dieses Video rein. Also da haben wir auf jeden Fall das so im Shop-Barbilder und da ist von vorne noch ein Subjektiv und jetzt geht's ins Museum. Also da haben wir eben nämlich so Dinge und da kommen jetzt die Schuhe von Fußballspielern. Bei den meisten ist es unscharf, bei Messi vor allem und ja. Aber ich hab's cool gefunden, wie sie von jedem Spieler auf jeden Fall die Schuhe gehabt haben. Und ja. Da eben von Messi. Ich kenne die ganzen Schuhe nicht aus, also von Messi. Ja, da aber kurz Asuka. Bordeleuva. Da hat schon ein bisschen so. Und da aller Trudal. Und ja, da kommen wir zu den Pokalen. Das sind durch so einer der wichtigsten Pokalen. Da sieht man überall. Und dann noch ein Schuh. Und ja, und da hat man eben so ganz alte Sachen schon ganz früher gesehen. Und da kommt jetzt auch noch Barca gegen eine deutsche Landschaft. Ich kenne die jetzt noch so. Und da ist Deutschkopf gegen der Barca-Spieler. Da die Titel noch so. Das sind die Titel von dem Basketballer und Landhock. Und da sind wir jetzt auch Wembley, Champions League, noch mal Champions League. Dann da diese schöne Trikot hier und schafft. Da 290 Roma. Da 290 Wembley nochmal. Die ganzen Champions League-Finalen habe ich nicht gesehen. Außer dieses in Berlin. Das habe ich im Fernsehen geschaut. Da war ich auf jeden Fall überhaupt glücklich. Und da nochmal die Pokale von jedem Jahr. Und ja, da sieht man nochmal von 2015. Messi. Na immer noch am Start. Auf jeden Fall da Golden Boot halt. Und da sieht man noch ein paar Statistiken. Okay, richtig unscharf da. Luis Enrique und Pep Guardiola. Da sieht man eben noch, wie das Camp Nou noch gebaut wurde. Und da vom alten. Ja, und hoffentlich hat das Video ausgefallen. Ich würde mich natürlich geben. Lack von unter 3. Oh, tschüss.